Einer Meinung gibt es ja nicht. Ist mir wurscht. Dies sehe ich anders. Dies sehe ich anders. Ich habe meine Meinung fertig aus, Mickey Mouse. Ich habe meine Meinung fertig aus. Für die Wurst musst du zum Metzger. Okay. Sobald ich einen gefunden habe, sage ich Bescheid. Oh, nice. Hier öffnet sich ja für mich eine komplett neue Naga-Welt. Oder habe ich hier irgendwo einen Pop-Toffish da? Ne, ne? Na, solange ich hier später wieder rausfinde. Hier entdecke Naga ist für mich ganz neu gerade. Sobald man immer so für Spots sieht, wenn man Leute auf seinem Spot hat und woanders dann geht. Witzig. Gefangen bei den Nagas. Ach, zur Not port ich mich ja immer mit einer Karte raus. Das geht schon. Ah, die Mauer. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Eigentlich ist das zwar ziemlich gechillt, wenn er mich hier in Ruhe lassen würde. Also... Wann hab ich hier irgendwie... nee? Wann hab ich irgendwas ausgelöst? Ich weiß nicht mehr, wie ich's gemacht hab. Hm. Nee? Nee? Nee, der auch nicht. Hm. Wie hab ich's vorhin anders hingekriegt? Da war mein E nämlich irgendwie so ne grüne Schriftrolle, aber irgendwie krieg ich's nicht mehr hin. Ist das weh? Hab ich da gerade gedrückt? Achja. Tatsächlich weh. Cooie hab ich gedrückt gehabt. Hier. Okay, cool. Ich find cool, dass die Skills aber gleichzeitig Manna auffüllen, ne? Das mag ich. So eine Damage-Kombo, okay. Hm. Ich probier das in der Regel eh einfach erst mal aus. Und wusel mich hier irgendwie zurück. Hm, 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 hm. An Invasion-Buff? Als Magie-Klasse? Ach, die Buff, okay. Woll grad schon sagen, hä? Die Smoko-Konzin. Naja, wie die Ohren denn nicht immer null sind, ne? Ist das schon wieder hier hinten rum? Ich sag ja, egal wo ich hingehe, ne? Ist das so blöd, um sich eine eigene Rotation auszusuchen? Das ist ja meine, man nehmen muss, oder? Ich kläre gar nicht Krieg. So ein Ding ist das. Dann habe ich mal PvP mit meiner kleinen Wusa. Speck in den Täschen. Ja, ich glaube auch. Äh, schon mal gesehen, dass ich Talk spiele, sagt er? Dann brauchst du kein Klassenverständnis in BDO. Oh, oder täusche ich mich da? Dass das klappt ohne? Ja, dachte ich mir. Einfach Kopf auf den Dings. Wer ist denn? Fertig. Ich muss doch nicht wissen, warum. Was? Machst du jetzt mal bitte meine Hasskampagne nicht kaputt? Immer dieser Aus-der-Reihe-Tanzer. Lügner innen. By the way. Lügner und Lügner innen. Wenn du es schon machen willst, dann machst du es nicht richtig. Selbst das muss ich ihm noch beibringen. Einmal mit den Profis. Lügner innen. Genau. Nee, im Inner Circle. Nee, im Inner Circle. Nee, im Inner Circle. Ich hab keine Lust mehr. Wirklich dauert mir zu lange. Der Gildnuss? Scheiße. Ja, Digga. Das ist jetzt natürlich scheiße gelaufen. Ah, eher, aber nicht. Wird ich das mal machen? Ich mein, ich kenn die Gilde ja, aber... Ich geb mir die ganze Zeit schon auf den Puff. Der Vöderst bin ich. Geil. Ich geb mir voll auf den Senkel. Wirklich, der rennt mir überall hinterher, wo ich auch bin. Das geht die ganze Zeit so. Ich bin unten, der ist unten. Ich bin oben, der ist oben. Ich such mir eine neue Rote. Der läuft bei der neue Rote. Das ist richtig weird. Richtiger Stressor. Immer dieser Stalker-Kappi. Das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Guck, jetzt läuft er halt wieder hier oben in der Rotation. Kaum find ich so ein Weg für mich, wo ich vernünftig grinden kann, geht er mir voll auf den Piss, ne? Ich hab ja schon erklärt. Und aufheben tut er seinen Hut auch nicht, diese Kartoffel. Das bist du doch gar nicht, Sarah. Ich bin gar nicht aggro. Was für aggro. Wenn ich was nicht mag, ist es, wenn man durch die Parade tanzt. Deswegen haste ich Season Server so. Ich bin Mankuno. Verzwischen weiß einer, wo ich einen NPC Watudun finde. Findest du nicht über die Suchleister, Korra? Nicht nur einen Account. Ja, aber du bist ja nicht in der Gilde. Ich kann ja nicht Gildenloskrieg erklären, du Nase. Aber selbst wenn du es bist, dann bist du es nicht, weil du ja in keiner Gilde bist. Pop Nase. Ich glaube nicht, dass du in einer Gilde bist, wo René und Felix nicht drin sind. Findest du nicht? Weißt du nicht? Weißt du denn noch wo in Kepland, Guido? Selber Nase. Ich hab dich einfach hops genommen. Ich hab dich mit Logik kaputt gemacht. Irre Hasigkeit. Sonst könntest du höchstens mal Dings gucken. Ich weiß gar nicht, Videoplaner gibt's doch noch, ne? Ja. An sich. Ja, aber auch mit den Quests. Ne Leiche? Cora sucht also einen Toten. Guck dir. Ach, Videokodex, mein ich doch. Ja. Sorry. Ja, mein ich, Videokodex, ich blande. Sorry. Versuchungsstiften kann ich. Das so richtig. Das ist einer meiner besten Eigenschaften. Wenn ich schon nicht viel kann, aber das kann ich. Ja. Ich bin mir ein bisschen gegnerisch. Ich bin mir nicht mehr da. Ja, das ist ja so. Mir ist ja so, dass du es jetzt nicht mehr da warst. Das ist schon so. Am Ende wurde gezeigt, dass das Lied von Chopin ist. Aber du warst dann irgendwie weg. Kommt ja die ganze Auflösung und so davon. Jetzt wird die nächste Tante da umruhen. Ja, ist so süß. Das ist so süß. Ich werde immer so grundaggressiv, wenn ich Season spiele, na? Also auf Season Servern. Ohne Witz. Und der Malachana? Weil ich hier auch Mats brauche. Guck mal, willst du ein Autogramm oder warum gehst du nicht auf die Ketten? Digga. Ich halte das hier schon voll auf cool da und auch, ne? Ich bin aber auch schneller als die, glaub ich. Tatsächlich. Geh nachher, geil von Scram mit Woosam. Was? Hast du getankt oder was? So, Moment, ich werde es mal ausprobieren. LOL, tatsächlich. Pass auf, wenn du einen Wüstendebuff hast, ne? Und du machst Schiffst rechtlich, dann geht der Debuff weg. LOL. Ich habe das jetzt mehrmals ausprobiert. Entweder ist das ein Fehler und das soll nicht so sein, aber es funktioniert. Oder alle wussten es nur, ich weiß es nicht. Aber jetzt weiß ich es. Okay. Ist ja witzig. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Ich lese doch sowas nicht. Jetzt, ob ich mir das durchlese bei einer Klasse, die mich nicht interessiert. Ich bin richtig auf Klugscheißer-Modus heute hier. Ich lese mir davon gar nichts durch. Bin ich doof oder was? Ja gut, jetzt weiß ich das auch ohne, dass ich es gelesen habe. Siehst du? Ich mache einfach learning by doing. Das ist eher mein Ding. Ach, Digga. Hängt die jetzt die ganze Zeit hier oben an diesem kleinen Fleck, oder was? Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Ja, ich bin ein Fan, irgendwie so ein Fan, oh lord, krass dick aus, ja. Achso, ich kriege ja. Es gibt was zu lesen. Die Gilde Only Tamer, kennst du die? Only Tamer, ob die ganze Gilde wirklich nur aus Tamer besteht? Mich jetzt echt mal interessieren. Was ist denn bei Penderu? Oh, oh. 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 Ach, mein Nervenkostüm. Ich liebe Season. Ich krieg eigentlich schon raus. Ne wahr? Ja, wow, wie soll ich den denn jetzt direkt tot bekommen? Der hört auch direkt ab. Kriegt doch nicht, oder? Scheiße. So. Ja doch. Cool. Dann gebe ich Traumsaft. Mia? Ich glaub nicht, dass der mich jetzt beruhigt wird, du. Traumzucker vielleicht. Wobei, das zu ändern, das wäre jetzt auch gut. Dann gebe ich ihr Traumsaft. Ja. 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 Die läuft schon ein bisschen lahmarschig, oder? Ja, kommt mir das nur so vor, weil ich von der Dicke anders gewohnt bin. Traumzucker, wenn's sein muss. Ich glaub ich hab ewig keinen Traumzucker mehr, ne, gegessen. Kirschsaft wär jetzt auch voll cool. Kirschsaft und auch noch Streiserschnecke. Würde ich jetzt fast für töten. Aber nur wenn sie mit Pudding gefüllt ist. Ansonsten, äh, nicht. Ich hab Ansprünge. Traum-Schnaps? Oh Gott, wenn nein. Weißt du, dass ich dann direkt betrunken wäre? Ich vertrag doch nix. Ich hab mir dieses Jahr sogar Glühwein ohne Alkohol geholt. Also ich hab einen vom letzten Jahr noch mit Alkohol und einen ohne. Weil mich der so aus dem Leben gekriegt hat letztens auf dem Jahrmarkt. Ich verzichte auf den, äh, Schuss. Nee, bis auf den Season wär nämlich gar nicht gut. Da mach ich richtig viel Scheiße. Das hat schon geballert. Ach, Weihnachtszeit. Ach so, hast du das eigentlich gesehen, was ich dir geschickt hab Torsten heute Morgen? Also wenn du da irgendwas hast, dann musst du mir das sagen, ne? Weil dann... Falls nicht, dann nicht. Also wenn du da bist, dann musst du mir das sagen, ne? Also wenn du da bist, dann musst du mir das sagen, ne?